Also das Wichtigste, glaube ich, bei diesen kleineren Unternehmen ist, sich von Anfang an zu fragen, wer macht das? Wie viel Zeit brauchen wir dafür? Kann der Mitarbeiter dafür freigestellt werden, meinetwegen eine Stunde am Tag sich um dieses Thema zu kümmern? Wir sprechen heute mit Prof. Dr. Claudia Brötzel von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und wir kreieren gerade ein Weiterbildungsprogramm für touristische Unternehmen in Schleswig-Holstein und möchten da eben mit Ihnen gerne über die Entwicklung sprechen, die Sie in den letzten Jahren beispielsweise in der Digitalisierung wahrgenommen haben und auch über aktuelle Themen, die dort relevant sind. Und die erste Frage, die wir da stellen würden, Sie sind ja Professorin auch für E-Marketing oder E-Tourism, das sind so Ihre Schwerpunkte und welche Entwicklung haben Sie in den vergangenen zehn Jahren denn mit Blick auf die digitale Transformation erlebt oder beobachtet in der Tourismusbranche? Ein ganz wichtiger Punkt ist die Information. Im Tourismus bauen wir ja komplett auf Daten auf, deswegen also auf Informationen sozusagen, weil es ja eine Dienstleistungsbranche ist und wenn Sie sich überlegen, wie wir vor 20 Jahren vielleicht ein Hotelzimmer gebucht haben oder einen Urlaub, da hatten wir wesentlich weniger Informationen als heute. Heute haben wir Bewegtbild, wir haben Bild, wir haben Bewertungen, wir haben relativ viele Informationen aus sehr unterschiedlichen Kanälen bis hin zu Geolocations, also ich kann ganz genau angucken, wo ist das Hotel, mit Google Maps vielleicht sogar welches Zimmer, welchen Blick habe ich? Also ich glaube, das Thema Information und dann fühlt sich das ja weiter in Daten, Datenanalyse, also bis hin zu Tracking, wie laufen Besucherströme in einer Destination, wie kann ich die vielleicht leiten? Ich glaube, wenn ich anfange mit diesem Thema Information, also für alle, sowohl für die Destination als auch für den einzelnen Leistungsträger, als auch, und das ist sicherlich sehr wichtig für alle, für den Kunden, habe ich heute eine Informationslage, die ich natürlich als Anbieter beeinflussen kann, sehr positiv, aber ich habe eine Informationslage, mit der ich auch sehr, sehr, sehr gut umgehen muss. Das heißt, ich muss die Informationen natürlich auch in irgendeiner Form tracken, ich muss wissen, was über mich auf Instagram gepostet wird, was sehr viele Anbieter an vielen Stellen überfordert. Ein digitales Wissensmanagement spielt da natürlich auch mal eine Rolle, auch sowohl intern auch in Bezug auf kleinere Unternehmen und auch extern dann in Verbindung mit den Kunden. Gibt es da Hinweise oder Tipps vielleicht auch für kleinere Unternehmen, wie man digitales Wissensmanagement erfolgreich ins Unternehmenskonzept einbinden kann, vielleicht auch in Verbindung mit neuen, agilen Strukturen, also agilen Organisationsstrukturen? Klein- und mittelständische Unternehmen, das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn wir versuchen, im touristischen Kontext zu arbeiten. Also wir nutzen relativ viel Open-Source-Software, um uns gegenseitig zu informieren, um miteinander zu arbeiten, Projektmanagement, Kommunikation wie Trello oder Slack oder eine Plattform wie Hootsuite, worüber ich sozusagen alle digitalen Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram und so weiter aus meiner eigenen Website einbinden kann. Hootsuite ist ein sehr, sehr schönes Tool, ein Dashboard-Tool, wo ich zum Beispiel auch sagen kann, ich möchte morgen um zehn etwas posten, ich kann das alles vorbereiten. Also das wäre für mich so eine Möglichkeit, mit Kommunikation oder Management von Plattformen umzugehen. Und dann gibt es natürlich die ganzen Indoor-Sachen, also das Hotel, der Reiseveranstalter und so weiter für sich selbst auf eigenen Plattformen installieren kann, bis hin zu Google Alerts für bestimmte Begriffe. Also ich denke, da gibt es mittlerweile relativ viele Dinge, die man nutzen kann, die sofort möglich sind in der Installation, sofort handhabbar. Die meisten laufen über Apps, über Smartphone, wo ich Benachrichtigungen bekommen kann, wenn jetzt zum Beispiel das Keyword, also ich setze meinen Hotelnamen und das Keyword taucht irgendwo auf, wo ich sofort eine Benachrichtigung kriege und damit auch eine Unterstützung, sozusagen dieses Informationstrackings, was ich ja eigentlich sehr dringend brauche. Sie haben das angesprochen mit Keywords auch, Suchmaschinenmarketing beispielsweise ist ja auch da ein wichtiger Aspekt, insbesondere für kleinere Hotels auch überhaupt online auffindbar zu sein. Gibt es da so zwei, drei grundlegende Hilfestellungen, wenn jetzt ein kleines Hotel zum Beispiel das ganz neu angehen möchte, dieses Thema, können Sie da eine Empfehlung geben einfach mal, wie man eventuell so ein Konzept dann umsetzen könnte? Also ich mache ja sehr viele Projekte auch mit meinen Studierenden. Es gibt zum Beispiel die Google Online Marketing Challenge, wo ich seit 2008 immer wieder teilnehme und wo wir sehr viel auch für externe Partner machen. Meistens sind es auch kleinere Unternehmen, sehr unterschiedlich, nicht unbedingt nur Hotels, aber vielleicht auch mal eine Destination oder so, eine kleinere regionale Einheit. Ich stelle immer wieder fest, es macht gar keinen Sinn, dass wir als Hochschule mit einem Team von vielleicht drei, vier Studenten extrem viel Traffic zum Beispiel, also Nutzer auf einer Website schaffen und am Ende kann das niemand bedienen. Also das Wichtigste, glaube ich, bei diesen kleineren Unternehmen ist, sich von Anfang an zu fragen, wer macht das, wie viel Zeit brauchen wir dafür, kann der Mitarbeiter dafür freigestellt werden, meinetwegen eine Stunde am Tag sich um dieses Thema zu kümmern, weil es nützt gar nichts, ein Konzept aufzusetzen, Google AdWords zu machen. Google ist sehr teuer geworden. Ich würde eher dann in Richtung YouTube gehen, je nachdem, welche Zielgruppe ich anspreche oder Facebook-Ads. Es kommt natürlich ganz darauf an, wo die Leute sind, die ich erreichen möchte, aber Google ist sehr teuer geworden. Und ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass ich Menschen habe im Unternehmen, die sich darum kümmern. Also das Konzept von außen, von einem Team, einer Agentur, einer Hochschule, Studenten, wie auch immer, das ist super toll, aber ich muss natürlich auch wirklich wissen, wer macht es. Also es braucht eine Tageszeit von, sagen wir mal, einer Stunde bis zwei, je nachdem, was ich erreichen möchte. Und da muss ich einen Mitarbeiter haben, der sich konstant darum kümmert. Und ganz wichtig, so viel auch zum Thema Hierarchien. Ich kann natürlich nicht erst alles mit dem Chef abstimmen. Also ich muss auch einen Mitarbeiter haben, oder eine Mitarbeiterin, die die Möglichkeit hat, das kann ich ja vorher auch als kleines Unternehmen testen. Ich kann mich mit der Person beschäftigen und kann sagen, okay, ist die Person in der Lage, zum Beispiel zu antworten? Reaktionszeiten. Also wenn ich auf Twitter oder auf Instagram einen Post sehe, der über mein Unternehmen ist, dann muss das sofort reagiert werden. Wenn ich da mich erst in langen Abstimmungsprozessen bewege und den Chef fragen muss und der seine Presseagentur und so weiter, da ist das Spiel gelaufen. Dann empfehle ich immer, lieber nicht in die sozialen Medien zu gehen und eine tolle Website zu haben, die man vielleicht verlinkt, Affiliates findet, also Kooperationspartner, die auf einen selbst auch wieder linken und so weiter, dass man einfach im Ranking höher kommt. Interessante Stichworte benutzen, sozusagen beim Aufbau der Website, welche Tags kann man nutzen, welche Stichworte, Keywords, um sozusagen sich abzuheben. Also nur Unterkunft, Hotel, Meier, Müller, Schmidt oder sowas nützt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Vielleicht auch durch kleine Aktionen und örtliche Presse den Namen ins Spiel bringen. Bestimmte Dinge, die man vielleicht anbietet, sei es regionales Essen, besondere Speisen, wie auch immer. Also Dinge, die einfach im Netz nicht so bekannt sind und dadurch das Ranking nach oben bringen können. Viele Dinge brauchen einfach nur Fantasie und nicht unbedingt wahnsinnig viel Geld. Ja, also auch intern muss da einiges stimmen auch im Unternehmen. Die Mitarbeiter müssen entsprechende Freiräume haben, auch um da selbstständig auch agieren zu können oder um auch schneller reagieren zu können auf die Einflüsse der Kunden von außen oder auch auf die Kunden wünschen natürlich. Ein anderes Thema, was noch relevant wäre, Sie sind ja an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Wie sehen Sie die Verbindung zwischen dem Hotel 4.0 oder was verstehen Sie unter dem Hotel 4.0 in Verbindung mit Nachhaltigkeit? Also kann das ein interessanter Ansatz sein für die Zukunft? Also ich denke, wir reden ja ganz viel über Industrie 4.0 und über Hotel 4.0 und so weiter. 4.0 ist auch so ein Buzzword, das ich sehr, sehr schwierig finde, weil der kleine Hotelier, ich sage mal der kleine, der mittelständische Hotelier, der vielleicht in Brandenburg oder in Bayern irgendwo einen ganz tollen Job macht, fühlt sich von, also ein toller Gastgeber ist. Das Erlebnis des Gastes vom Gastgeber ist ja eigentlich das Spannende. Wir gehen ja nicht in das Hotel Adlon, sondern wir gehen da hin, weil es dort Menschen gibt, wo wir uns willkommen fühlen, weil es ein tolles Essen gibt und so weiter. Und wenn Sie die Erfahrung im Adlon zum Beispiel schon mal gemacht haben, ich habe das schon öfters getestet, ich habe ja auch einen Hotelhintergrund, es ist sehr spannend. Also selbst die Praktikanten geben einem dort das Gefühl, sehr willkommen zu sein. Es ist ein persönliches Gespräch, also die Mitarbeiterkultur im Adlon ist nicht geprägt, wie man das vielleicht so teilweise aus der Hotellerie kennt von, oh, jetzt muss ich aufpassen, der Chef kommt und alles wird nur irgendwie über den Chef gespielt, sondern es ist eine unheimliche Verantwortung, bis hin zum kleinsten Mitarbeiter, diesen Markennamen Adlon zum Beispiel voranzutreiben. Und auch mit Leben zu füllen für jeden Mitarbeiter und da gehört sehr viel Loslassen dazu. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich komme aber nochmal zurück auf Hotellerie 4.0. Also im Wesentlichen geht es ja darum, dass wir sagen, es muss eine störungsfreie Kette von Erlebnissen, digitalen Erlebnissen geben. Ich kann mit einem Beacon einchecken oder mit meiner App schon im Vorfeld. Ich kann digital bezahlen. Ich würde mir immer wünschen, wenn ich irgendwo an der Rezeption ankomme und ich habe schon mit Kreditkarte gebucht, alle meine Daten sind da, dass ich dann eben nicht da stehe und noch zehn Minuten handschriftlich einen Meldezettel ausfüllen muss. Auch da sind wir ja schon viel weiter mittlerweile. Aber es gibt, also ich würde sagen, drei Viertel der Hotels haben das noch nicht wirklich umgesetzt. Jetzt dann sowas wie CityTags. Ich war kürzlich in Köln in einem Hotel. Das war auch keine kleine Marke. Dann musste ich einen Meldezettel ausfüllen plus einen CityTags-Zettel, also wo ich überall die gleichen Daten eingetragen habe. Nur um dann nochmal zu sagen, dass es ein Business Travel Trip ist und dass ich da jetzt nochmal zehn Euro oder was das war bezahle. Es mussten aber zwei verschiedene Formulare sein, wo ich jeweils das gleiche eingetragen habe. Also da muss ich einfach sagen, wir sind in 2018 im Moment und es ist durchaus möglich, dass man sowas anders vorbereitet. Ich würde mir wünschen, dass ich zum Beispiel überall im Hotel einfach WLAN habe, das so stark ist, dass ich nicht eine Viertelstunde auf Instagram warten muss, bis sich ein Bild aufgebaut hat. Also ich glaube, Deutschland ist da sehr weit zurück. Ich war kürzlich in Schweden und da läuft man einfach spazieren irgendwo in der Stadt und man bekommt Nachrichten aufs Telefon. Sie sind jetzt gerade an der und der Pizzeria vorbeigelaufen, weil sie jetzt gerade hier sind. Und es wird natürlich so nicht gesagt, aber weil ich vielleicht zur Zielgruppe gehöre, nach dem, was sie über mich rausgefunden haben, bieten sie mir jetzt im Moment, wenn ich direkt reinkomme, sofort meine Spezialpizza, die ich gerne esse und so weiter und so fort. Ich finde sowas schön, wenn ich dann einfach weiß, ich kann natürlich die Augen aufmachen, ich kann Menschen fragen, aber wenn ich einiges schon mal digital bekomme, zum Beispiel auch, wo befindet sich im Hotel was? Einen kleinen Plan, wenn es ein größerer Laden ist. Ich bin vielleicht dort für eine Tagung. Es gibt 57 Tagungsräume. Wo genau findet meine Tagung statt? Also wenn ich durchs Hotel laufen muss und erst mal gucken muss, welches Schild ist denn nun für die Tagung, wo ich eigentlich hin muss? Das ist wirklich 80er. Also ich würde mir schon wünschen, dass ich dann, wenn ich eingecheckt habe und die deutschen Hotelpreise bezahle, dass ich dann eben auch als Gast behandelt werde und das wirklich ein Erlebnis ist, das sich digital von vorne bis hinten durchzieht und gerne über eine App. Also ich möchte auch nicht dauernd meine E-Mails aufmachen, weil mir das Hotel jetzt zum siebten Mal eine E-Mail-Änderung geschickt hat. Das ist für mich schon fast ein Medienbruch. Also wenn verschiedene Kommunikationskanäle genutzt werden. Ich buche vielleicht über eine Website oder über eine App. Am Ende kriege ich dann eine Mail als Bestätigung. Ich kriege es nicht in die App. Ich muss mir irgendwo wieder die Informationen zusammensuchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viel Booking-Bashing, aber Booking macht das hervorragend. Also ich habe einen Booking-Account und dann habe ich eine App und dann bekomme ich alle Informationen. Ich bekomme noch zusätzlich vielleicht drei, vier Dinge, wenn ich das angeklickt habe, über die Stadt, wo ich hinfahre. Was kann ich da machen? Ich habe die Möglichkeit, irgendeinen Voucher zu buchen für den öffentlichen Verkehr oder für eine Bustour oder was auch immer. Ich finde, die machen das schon sehr, sehr gut. Okay, kann sich jetzt nicht jeder kleine und mittelständische leisten. Aber zumindest in so eine Richtung zu denken, einfach zu sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich die komplette Dienstleistungskette durchgehe für mein Hotel? Der kritische Punkt ist immer der Check-in. Ich würde mir schon wünschen, dass da einer steht, der mich anlächelt. Also die Japaner haben ja schon Check-in-Roboter. Ich glaube, da wären wir Deutschen nicht so ganz glücklich damit. Also ich finde es auch schön, wenn da jemand steht. Aber wie gesagt, da gibt es noch sehr große Unterschiede von zwei Formulare ausfüllen, immer wieder mit dem gleichen Text oder dann eben einfach nur ein nettes Gespräch. Hatten Sie eine gute Reise? Wir haben das und das für Sie vorbereitet. Wenn ich zum fünften Mal da hinkomme, dann sollte man wissen, dass ich ein extra Kissen brauche und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist das nach außen hin, also die Schnittstelle zum Gast und was ich dann am Ende des Tages innerhalb in meinem Customer Relationship Management habe, das könnte man sehr gut verknüpfen, wenn ich sozusagen das aufbaue. Das bedeutet einfach, dass die digitale Infrastruktur im Hotel selbst und auch nach außen mit Schnittstellen ganz stark optimiert werden kann. Also wir haben gesehen, es gibt da sehr viele Ansätze auch, wie Unternehmen oder auch Hotels eben dem Gast die Information schon geben können, bevor er sie benötigt im Prinzip. Also natürlich ist er von Informationen abhängig, wenn er ein Hotel besucht, egal ob er jetzt privat sich eine Stadt anschauen möchte oder ein Business-Gast ist sozusagen, der auf einer Tagung ist. Er benötigt Informationen und diese könnten auch durch digitale, Gästekarten oder auch digitale Gästemappen zum Beispiel angeboten werden, automatisiert, auch in Verbindung mit Destinationsmanagement-Organisationen, die dann die Daten bündeln und auch den Hotels da so ein bisschen quasi die Vernetzung bieten, auch innerhalb der Destination. Also ich möchte noch kurz auf Ihre Frage zur Nachhaltigkeit eingehen. Aus meiner Sicht ist das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehr eng verknüpft. Also ich kann im Bereich Ressourcen sparen, zum Beispiel in einem Haus sehr viel tun. Das ist der eine Punkt. Also es ist ja heute schon so, dass wenn Sie eine Hotelkarte haben, dass sozusagen in dem Moment, wenn Sie aus dem Zimmer gehen, alles ausgeht und so weiter. Also da gibt es schon sehr viele Ansätze. Das könnte ich mir auch in Richtung Wasser vorstellen, in Richtung Optimierung beispielsweise in der Küche. Also es gibt Gäste, die essen gerne einmal am Tag relativ viel. Da müssen die Portionen groß sein. Es gibt Gäste, die essen gerne fünfmal am Tag total kleine Portionen. Da sind wir noch ganz wenig weit. Also wirklich individuell, Digitalisierung heißt immer Individualisierung, individuell für den Gast angepasst, was zu schaffen und zu sagen, okay, bist du jetzt eher der Typ, der große Portionen braucht oder möchtest du lieber dreimal was Kleines essen? Also da geht in der Hotelküche natürlich auch sehr, sehr viel an Ressourcen direkt in Müll, wenn es eben das falsche Angebot ist. Also ich rede jetzt über Reste zum Beispiel. Alles, was mal draußen beim Gast war, wird weggeschmissen, ersatzlos. Auch die Tafeln sind da irgendwie, unterliegen mittlerweile ganz strengen WKD-Regeln, also Wirtschaftskontrolldienst, was die Hygiene angeht und so weiter. Ich glaube, da kann man über Digitalisierung in der Küche gerade noch sehr viel machen. Und der zweite große Punkt Richtung Nachhaltigkeit ist natürlich die Mobilität. Wenn Sie jetzt mal von der Destination ausgehen, von der Stadt, selbstfahrende Autos, Optimierung des öffentlichen Personenverkehrs, wenn ich genau weiß, wann Gäste kommen, wann sie ankommen, wo sie hinwollen. Ich könnte als eine Stadt, die einen Flughafen oder einen Bahnhof hat, im Vorfeld schon überlegen, wann sind die Stoßzeiten. Wenn ich jetzt in der Destination bin, wo ich genau weiß, dann und dann kommen die Flieger, dann habe ich eben nur genau dann zu dieser Zeit zum Beispiel ein Elektromobilitätsangebot vor Ort und ansonsten nicht. Also ich glaube, da wäre noch sehr viel möglich, auch in der Fläche, in so einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg. Es muss ja nicht ein Linienbus im touristischen Kontext jeden Tag, also wie im Linienbereich im touristischen Kontext jeden Tag fahren. Ich könnte mir auch überlegen, es gibt fünf, sechs Angebote, die ein Gast vielleicht in Anspruch nimmt. Und dann macht man über eine App, okay, heute ist das Bootfahren oder das Wandern oder der Besuch einer Töpferei angesagt. Und dann verknüpft man verschiedene Gäste und kann über die Digitalisierung eigentlich da ein Angebot schaffen, dass nicht jeder zum Beispiel mit individuellem Taxi dahin fährt oder so. Ich glaube, da ist noch sehr, 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 sehr viel möglich, was den Kontext Nachhaltigkeit angeht. Also gerade Smart City finde ich ein sehr, 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 sehr spannendes Thema, wenn man da guckt, was teilweise in den skandinavischen Ländern schon passiert. Also wo ich, auch so ein Thema in Deutschland, ÖPNV. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber ich bin relativ viel unterwegs. Und wenn ich in Frankfurt zum Beispiel mit der U-Bahn fahren möchte, muss ich genau wissen, zu welcher Station, wie viel das dann kostet. Das muss ich passend bei mir haben. Ich kann fast nicht mit Kreditkarte oder Karte an den Automaten bezahlen. Dann muss ich in Frankfurt zum Beispiel außerhalb des Zuges das Ticket abstempeln. In anderen Städten innerhalb, in Berlin haben wir alle Varianten. Es gibt Varianten, wo ich in der S-Bahn abstempele, andere draußen. Also ich meine, ich könnte doch einfach eine App haben. Ich komme jetzt in der Stadt an, zack, rechen mir ab, was ich gemacht habe. Aber das sind alles so Dinge, wo ich denke, dass wenn ich geschäftsreisender bin und wirklich zu Terminen muss, dann beschäftige ich mich nicht damit, dann fahre ich halt Taxi. Also da ist, glaube ich, im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung, Vereinfachung des Serviceangebotes noch sehr, 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 sehr viel möglich. Und ja, um da vielleicht auch nochmal das aufzugreifen mit Blick in die Zukunft, wo sehen Sie da noch weitere aktuelle Themen, also die sich vielleicht noch verstärken können? Wir haben jetzt natürlich überhaupt nicht über Sharing gesprochen, was natürlich ein großes Thema ist, was ja erst richtig entstanden ist sozusagen und richtig relevant geworden ist, würde ich sagen, durch Digitalisierung. Wenn Sie sich eine Plattform angucken wie Airbnb, im Moment reden wir davon, dass der Kampf, der im Beherbergungsbereich zwischen Airbnb und Booking stattfindet. Airbnb bewegt sich aus dem Longtail, aus der Nische sozusagen heraus in Richtung Massenmarkt, bietet immer mehr Zusatzangebote, geht im Itinerary sozusagen in Richtung größere Objekte, Ferienhäuser, professionell betriebene Objekte und Booking geht genau umgekehrt. Booking kommt aus dem Massenmarkt und geht immer stärker in die Individualität. Kleinste Objekte werden bei Booking aufgenommen. Es gibt Partnerprogramme, die genau in diese Richtung gehen. Das ist ja ein ganz interessantes Marktphänomen, das im Moment war auf der ITB auch immer überall Thema, dass eben genau diese beiden, die von außen betrachtet, wer sich nicht so sehr damit beschäftigt, denkt man, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Jemand, der Airbnb bucht, würde nie Booking buchen oder umgekehrt. Also da verschwimmt alles im Moment und der große Punkt ist eigentlich die Individualisierung. Niemand möchte mehr in einem, na, ich muss es anders sagen, die Individualisierung, aber auf der anderen Seite immer noch die Skalierung. Also wenn ich jetzt ein Ibis-Haus gewohnt bin, dann weiß ich, was ich da bekomme, wenn ich auf Geschäftsreisen bin. Oder ein Motel One, tolles Beispiel, ja, also wie sich Motel One entwickelt hat, an welchen Standorten die sind und so weiter. Da weiß ich ganz genau, was ich kriege. Ich kenne ungefähr die Preise. Es sieht immer alles ähnlich aus, wenn ich jetzt Business-Traveler bin. Und eben, was, ich war gerade bei Focusrite im Mai in Amsterdam. Das fand ich sehr schön, dass Expedia eine Studie vorgestellt hat, die sie gerade machen, Expedia Media Solution. Die haben eine Studie gemacht zum Thema Pleasure. Also ist eigentlich etwas, was, ich würde sagen, das hat mein Vater auch schon gemacht. Ja, nur haben wir es damals nicht so genannt. Also wenn ich jetzt eine Geschäftsreise habe oder ein Kongress, dass ich zum Beispiel vorne einen Tag oder hinten einen Tag dranhänge und sie haben diese Pleasure-Traveler ein bisschen untersucht, die eben dadurch, dass ein Teil der Reise finanziert ist, dann auch bereit sind, vor Ort ganz anders Geld auszugeben, vielleicht in dem Hotel zu bleiben oder sogar ein Upgrade zu nehmen. Wenn jetzt Teil 1 bezahlt ist, dann gönnt man sich noch was am letzten Tag oder man bleibt das Wochenende, es kommt ein Partner dazu und so weiter. Also ganz interessant, dieses Thema Pleasure ist im Moment überall. Also wenn es bei Focusrite gesetzt ist, dann geht es natürlich auch weiter in die Branche. Es wird irgendwann wahrscheinlich diese Pleasure-Angebote geben. Also Pleasure als Zusammensetzung von Business-Travel und Leisure-Travel. Also der Trip, den ich sozusagen als Geschäftsreise mache, aber ein Teil davon ist immer irgendwo dann doch Freizeit. Sie konnten da sehr viele interessante Erfahrungsberichte auch dazu beitragen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Also ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, hier meine Erfahrungen einzubringen. Und ich stehe natürlich auch für Rückfragen zur Verfügung. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.